Hallo, ich komme aus Deutschland. Mein Name ist Veronika. Ich bin zum zweiten Mal hier in Kilarnay in der Schule und mir gefällt es hier wunderbar. Ich wohne in einer Gastfamilie und wir machen viele Ausflüge und das Lernen hier in der Schule ist super. Wir bekommen verschiedene Blätter und wir führen Diskussionen und für mich ist es wunderbar und ich hoffe, ich kann bald wieder zurückkommen, hierher zurückkommen.